Und alle Hände! Was im Real Life gesehen Und fangen uns gleich nett Was sprich denn dagegen? Mit mir auszugehen Was sind Menschen hier verliegen? Was kann schon geschehen? Was sprich denn dagegen? Mach mich nicht verlegen Oh-oh-oh Ich kann nicht so gut passieren Wenn wir zwei uns sehen Was sprich denn dagegen? Was ist auch mal zweit heiß Und das kalt wird mal heiß Wenn man seine Mitte findet Es gibt noch eine da ein Das muss monierlich sein Es gibt viel, das uns verbindet Hey, ich hab mir das liebes gedacht Dass ein Mensch so lieben kann Auch wenn's nicht hier noch da laufen kann Wir zwei gehören zusammen Denn Was sprich denn dagegen? Oh-oh-oh Mit mir auszugehen Oh-oh-oh Was soll denn schon groß passieren? Was kann schon geschehen? Was sprich denn dagegen? Oh-oh-oh-oh Was kann ich nicht verlegen? Oh-oh-oh Ich kann mich in dir verlieben Oh-oh-oh Wenns wir zwei uns sehen Was sprich denn dagegen? Hey! 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 Oh, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen Ich hoffe, wir haben genauso viel Spaß gehabt wie wir. Bis zum nächsten Mal. Jennifer Brie. Und das Film. Was spricht denn dagegen, mit mir auszugehen? Was soll jetzt schon groß passieren? Was wird schon geschieht? Was spricht denn dagegen? Macht mich nicht verlegen. Ich kann dich in dir verlieren. Wenn wir zwei in uns sind, was spricht denn dagegen? Danke schön.